hallo und herzlich willkommen bei unserem neuen video heute mal was komplett anderes als das was ihr gewohnt seid technik weil ein großer teil meines lebens besteht einfach aus technik ich bin technik affin und deswegen lässt sich das nicht verhindern dass so ein bisschen einzubauen ich will das mal ausprobieren was komplett anderes zu machen deswegen sprechen wir heute über meine top drei lieblingsprodukte die ich so im alltag nutze die mir das leben halt auch leichter machen im alltag und die will ich euch einmal vorstellen ja fangen wir doch einmal direkt an und zwar mit dem kopfhörer das sind diese wunderschönen wireless kopfhörer das sind die beats x von von beats überraschung ist ja im namen und die kopfhörer habe ich jetzt seit ungefähr einem halben jahr und muss sagen keinen einzigen tag bereut und die die bieten echt super sound das coole an den kopfhörern dass vielen vielen nicht direkt gefällt ist halt dieses band hier für mich das total cool aber wenn ich die drin habe und was höre oder telefoniere ist als die soundqualität echt gut und b wenn ich sie dann raus nehme zum beispiel mit irgendwem zu reden dann hänge ich sie mir einfach um und ihr seht schon die fallen an a nicht runter man kann sie nicht so leicht verlieren wie andere produkte und die halten zusammen das heißt die baumeln nicht rum das eigentlich ist eine kleinigkeit mir gefällt das ganz gut im artikel unten den link reingehauen mit den ganzen daten die will ich nicht durchgehen weil das juckt sowieso kein mich interessiert einfach nur was was das produkt halt so cool macht ausmacht und was mir halt im alltag besser besser gefällt als bei anderen kopfhörern die ich bisher hatte jetzt zum beispiel bei dem also produkt nummer 1 beats x total cool gibt es in verschiedenen farben sucht euch eine aus und die welt nicht bereuen ist sogar unter 100 euro zu haben also echt ziemlich guter preis der zweite was wir haben ist das ding hier ist das handy viele für viele will das natürlich nicht überraschend sein weil ach so so im alltag benutzt ja jeder aber das ist echt ein ding mit dem man alles macht so und deswegen gehört das einfach auf die top 3 liste das ist ganz klar du hast hast einfach alles drauf schreibst mit deiner familie mit deinen freunden ich mache meine termine hier drauf mach meine to do liste drauf guck dir dazu auch gerne das video to do listen how to to do liste an findest du hier im channel verlinkt und ja einfach alles online banking freunde fotos super krasse bilder die man macht also wir waren jetzt in dem letzten video in der speicherstadt unterwegs und da muss ich sagen da haben wir ein paar richtig krasse bilder gemacht und wir haben mit beiden kameras also mit der hier und mit der hier gearbeitet und einige bilder haben wir überschneidend gemacht und da habe ich dann tatsächlich auch die von dem handy genommen weil die letztlich hdr hatten das heißt die haben einfach die belichtung war anders die ist aus mehreren bildern zusammengesetzt und das sah cooler aus als von der kamera die grundsätzlich erstmal fürs fotografieren gemacht ist also da definitiv ein riesen pluspunkt für das handy ein geiles teil ich benutze hier das iphone 10 geht natürlich auch jedes andere handy auf jeden fall nummer nummer zwei nummer drei habe ich hier am arm das ist die smartwatch kann natürlich auch jede sein ich will dazu sagen jedes dieser produkte nutze ich einfach darum sind das jetzt halt iphone apple watch und beats kopfhörer kommen irgendwie alle aus einem hause aber da geht halt auch alles andere so also kabellose kopfhörer grundsätzlich smartphone gibt es auch ziemlich geile andere also für diejenigen die sagen es muss jetzt nicht unbedingt in apple produkt sein geht das natürlich auch klar und total cool also schweineteuer natürlich aber es lohnt sich definitiv und das coole an der uhr ist halt dass sie sich extrem leicht dadurch dass halt beides von apple ist koppeln lässt man und ich alle nachrichten die drauf bekomme die apps sind halt alle übergreifend das heißt alles was ich hier drauf bekomme ich auf dem handy und umgedreht ist richtig cool geht auch mit einer anderen katrin benutzt zum beispiel sport watch von garmin die vieles das macht was ich halt auch so täglich nutze so trainings aufzeichnen schritte zählen und alles mehr das sind so die haupt dinge die wir damit machen und die machen das auch richtig gut man hat eine geile übersicht über seine bewegung am tag und das bringt mich dann doch immer mal wieder dazu zu sagen kommen dann gehen wir halt doch noch mal draußen eine runde spazieren wenn ich sehe wir haben heute erst in die sechs sieben tausende gemacht dafür ist sie echt cool kann ich jedem empfehlen und übrigens ein cooles feature was viele vergessen bei so einer smartwatch ist ist übrigens eine uhr also man kann einfach die uhrzeit anzeigen und dann auch die uhr und das datum ablesen dafür benutze ich sie tatsächlich am häufigsten okay cool alles klar das sind auf jeden fall die top 3 produkte wenn ihr mehr dazu erfahren wollt dann findet ihr den rest im artikel unten verlinkt da dann das alles schritt für schritt auch noch mal durchgegangen ich habe hier sicherlich nicht alles erwähnt was was im artikel steht also schaut da gerne noch mal vorbei da findet ihr auch links zu den produkten und ähnlichen produkten mich interessiert was hältst du davon hast du vielleicht erfahrungen damit gemacht vielleicht mit der uhr mit dem handy oder mit anderen kopfhörern und dass da auch gute tipps dann lass uns das wissen vielen dank fürs zusehen bis zum nächsten video bis dahin schaut auf unserer webseite vorbei schreibt gerne kommentar feedback ist immer so und bis zum nächsten mal